So, Kinder, jetzt Geschenk. Diese 50. Danke, Papa. Diese 60, weil kleiner. Danke schön, Papa. Ja, Papa, ich kann es nicht mehr aushalten. Ich bin so aufgeregt. Für dich habe ich Geschenk von Herzen. Hab die Bild gemacht. Was? Ein Bild? Ein Bild? Ein Bild? Wie ist diese kleine? Du bist so du auf diese Bild und Babypinguin. Du wolltest Babypinguin. Ich habe dir gemacht. Ein Babypinguin. Das Babypinguin. Warum habe ich das Geschenk bekommen? Diese Geschenk von Herzen. Deine Geschwister. Geld. Du Geschenk von Herzen. Papa, wäre es vielleicht möglich, dass du mir auch ein Geschenk nicht von Herzen gibst? Ohne Frage.